Ey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video! Was geht, Leute? Was geht? Oh, Leute! Was geht, Alter? Ja, alles Gute bei dir so. Ja, Mann, ey, Leute, wir sind gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen. Einfach und die haben gar nichts gecheckt, Leute. Wir haben gar nichts kaputt gemacht. Wir sind einfach richtig sneaky gerade ausgebrochen, Alter. Was geht? Aber, Alter, haben wir nicht irgendwas vergessen im Gefängnis? Hä? Was sollen wir denn vergessen haben, Alter? Äh, Leute! Hä? Einfach... Hörst du das, IT? Ich bin doch im Gefängnis. Rettet mich, bitte! Was? Den haben wir vergessen, ja! Alter, stimmt! Wir haben einfach einfach im Gefängnis vergessen, Junge! Den haben wir gar nichts rausgeholt, Alter! Ich bin doch gar nicht! Alter, wie sollen wir einfach da rausholen, Alter? Wie sollen wir das schaffen, Junge? Ich weiß gar nicht, da können wir mal da hinten gucken. Da ist noch irgendwas, oder? Hä? Leute, da steht ja noch ein Traitor, Alter! Warum ist er da? Markus, Alter, was geht bei dem ab, IT? Äh, was ist denn das? Guck mal! Junge, das sieht einfach aus wie Shade oder so. Warte, schau mal. Oha, Junge, der verkauft einfach Lucky Blocks für Holz und für Stein, Alty. Aber wir haben... Oha, da hast du Kiste, Alter! Sind da Werkzeuge drin? Ja, Mann, Junge! Wir können einfach fahren, warte! Wir müssen jetzt fahren, Alty. Und zwar brauchen wir jetzt ganz viele Lucky Blocks, Leute, dass wir einfach aus dem Gefängnis befreien, weil der wurde einfach von Polizisten festgenommen, Alter! Was geht? Das geht nicht! Ja, verruh' dich, Alter! Wir holen dich raus, Alty! Wir müssen ganz schnell richtig viel fahren, Alter! Denk dran, für Stein bekommen wir Shade und für alles andere brauchen wir ganz viel Holz, Alter! Ja, hier sind so viele Bäume, das kriegen wir doch locker, Alty. Ja, man, safe, Alter! Aber was ist das für ein Trottel, Alter? Der verkauft einfach Lucky Blocks für Holz, Junge, Alter! Hä? Junge, der macht dann so einen Teil! Alter, das ist ja übelst ein komisches Deal, aber für uns ist gut, Alty, egal! So, warte, ich hab schon 36 Holz, Junge, das geht so schnell einfach damit zu fahren, Junge, Alter! Aber ich bin mal gespannt, Alty. Die Polizisten haben bestimmt gemerkt, dass wir ausgebrochen sind. Und damit es mega... Hä? Hä? Was? Ja, Mann, Alter! Und zwar haben die bestimmt ziemlich viele Leute hier zum Gefängnis, Leute, die uns da wahrscheinlich fahren wollen und die uns an den Kragen wollen, Alter! Aber das schaffen wir niemals, Mann! Hä? Safe nicht, Alter, Alter! Wir besiegen die trotzdem einfach, Junge, die können heute gar nichts gegen uns machen, wenn wir gut das Glück haben bei den Lucky Blocks, Alter! Dann schaffen wir das auf jeden Fall! Was geht, Alter? Alty, wie geht's denn da drin? Hörst du mich? Heratet mich! Junge, Alter, was machst du gerade im Gefängnis? Chillst du da einfach, oder was? Ich hab durchfass... Boah, Junge, ich will das gar nicht wissen, Alter! Das wollte niemand von uns wissen, Junge, Alter, ist der eklig aus, das ist gerade eine Girl von Alpha! Junge, Alpha, Alter, ich... Alter, Junge, ich muss gleich sprechen, Alter, du bist so widerlich, Alpha! Aber es geht so, Alter, ich komme jetzt mal in die ersten Lucky Blocks, Alter! Ich glaube, ich hab zu viel Ente gegessen! Was, Alter? Ey, wir rennen dich gleich nicht! Was hast du gegessen, Alpha? Hast du das gerade gesagt? Sag das bitte nochmal! Was hast du gegessen? Ente! Alter, Alter, ich soll mir den wirklich retten, der hat Ente gegessen, Alter! Aber wir können ihn doch da lassen! Ja, stimmt, Alter, ich... Ey, Alpha, wir lassen dich... Ey, Bro, wir lassen dich einfach damit, wenn du gerne Ente ist! Äh, äh! Äh, äh, 2 Euro! Kein Problem! Ente ich nicht! Ja, beruhig dich, Alter, wir rennen dich doch so! Warte, Alter, ich hab uns ganz viele Lucky Blöcke erst mal gekauft! Auf, ey, ich lass mal aufmachen, oder? Ja, mein Alter, warte! So, Klaise, Alter! Bitte, Klaise, Baller, irgendwas Fettes rein, mit dem wir einfach rennen können! No! Crafting Temple, nice! Oha, eine Hose, Alter, zieh ich an! Oha, Alter, Junge, diese Partikel, Alter, die sieht ja krass aus, Junge, Alter! Was geht? Oha! Sie sind echt megamisschen stark! Ja, der... Oha! No! Ich fall ins Wasser, Altie, Alter! Alter, oh! Oha, Junge, Alter, hattest du mich gerade weggespringen, aber wir müssen hier was finden, mit dem wir einfach auf jeden Fall befreien können, Leute! Irgendwas Krasses! Oha, warte, was hab ich bekommen? Shadebogen, Junge, Alter, damit kann ich alle wegweilen, einfach! Hä? Oha, Junge, Alter, du hast auch so einen krassen Bogen wie ich, Alter, nice! Jetzt haben wir eine gute Fernkampfhabe, aber wir brauchen doch ein krasses Schwert auf jeden Fall, dass wir das überstehen können, Altie! Junge, wir müssen weiter Lucky Blöcke aufmachen! Ja, Mann! Was ist so? Amor ist Lucky Blöcke, was hab ich bekommen, Alter, Imposter? Oha? Was macht... Lol, oha! Was hab ich da gerade geworfen, Junge? Wie viel Sch... Oha, zieh die nicht an, zieh die nicht an, Altie, sonst gehen wir alle drauf, einfach auch, Junge! Wir dürfen keine Shades anziehen, Junge! Nein, weil die ist zu gefährlich, die ist zwar krass, aber die ist einfach zu gefährlich, Junge, warte, ich muss jetzt gleich noch weiter farben, kann ich damit nicht übelst die Dörten, die Dörten, gar nichts, Alter, ich brauche Stein oder Holz, Alter! Alter, guck mal, was ich habe! Was hast du, Alter, oha! Junge, das bringt uns aber gar nichts, Alter, wir brauchen jetzt noch ein Schwert oder so, mit dem wir einfach retten können, Junge, wir müssen einfach da rausholen! Alter, das ist völlig recht, Junge! Ja, Alter, Alter, beeil dich schneller! Alter, wir haben nicht mehr viel Zeit, ich farbe gerade eine Menge Holz, kannst du mal Stein für Shade farben, Alter? Hey, ich könnte es versuchen! So, warte, ich habe jetzt eine Menge Holz gefarben, so, nice! Okay, jetzt brauche ich mir wieder ein Lucky Block, Alter, ich brauche doch ein Schwert und da können wir eigentlich schon losziehen, Alter, und den einen draufgeben, Junge, Alter, Alter, die war mal so fertig heute! Alfa, bist du noch da? Ja, bitte Gott, ey! Jo, was machst du die ganze Zeit, Alfa? Der hört sich gar nicht gut an, Alter! Ja, Alter, Alter, wir müssen uns echt beeilen, ich glaube, dem geht es echt nicht gut, Alter, nicht, dass irgendwas Schlimmes mit dem macht oder so! Junge, stell dir mal vor, die zwingen dem einfach Bücher zu lesen und Mathe zu lernen, Alter! Oh, oh, oder die Hausaufgaben zu machen! Ja, Mann, Alter, ey, ich stelle mir nix lieberes vor, dann tut mir so leid! Alfa, ich habe immer noch kein Schwert, Mann! Ja, ich habe jetzt hier auch ein paar Shade-Blöcke! Ey, kannst du mir welche abdrücken, bitte, Alfa? Na klar, oh! So, hier, einmal für dich, zack, na, 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 na! Nice, danke, Alfa, danke, Alfa, danke, Bro, Alter! Oha, Junge, wie viel Shade, Alter, sechs Stück einfach! Bitte irgendein Schwert, irgendwas Gutes oder so! Oha, OP-Drop, aber der bringt uns gar nichts, ich kann das Shade gar nicht verwenden, Mann! Weil dann sonst irgendwas kaputt geht oder so, schade, Alter! Ey, pass auf, Alty, da ist ein Shades-Schwert! Pass auf, Alty, das ist gefährlich, Junge, und da geht ja alles drauf! Okay, ich habe ein Schwert, nice, ein Rhyo-Sword! Okay, Alty, ich glaube, jetzt können wir loslegen, Alter! Auch eins, let's go, Junge! Ja, aber bist du bereit, die fertig zu machen, Alter? Bin bereit, einfach! So, warte, ich nehme mal meinen Shade-Bogen, mach dich bereit, dann das ist übelst gefährlich! Safe, Alter! Warte, hä, siehst du welche, oder was? Oha! Lol, Alter, gib mir mal, was die für Waffen haben, die haben einfach Clays-Waffen, Alty! Pass auf, Junge, die werden mega gefährlich, Alter, ich gehe nachher frei! Ey, was geht, Alter, ihr blöd, meine Junge, Alter, kommt her! Hä? Mach's schon, Alter, ich gebe euch eine drauf, Alter, ich gebe dir Klatschen! Oha, Junge, die sind voll stark, Alter, die haben teilweise Illuminati-Rüst, Junge, Alty! Die sind heftig! Alter, Alty, pass auf, hinter dir! Junge, Alter, da kommen drei auf einmal, ich klatsche! Alty, du lachst dir die ganze Zeit rein, Alter, was bei dir lohnt? Ja, ich habe kleine Schwierigkeiten, Mio! Jo, wir wollen Eifer retten, Alter, ey! So, warte, ich fang die fertig! Alter, Alty, wir klatschen hier einfach alle, Junge! Was geht's, so? Oha, das sind noch mehr, Alter, Junge, hier sind so viele, ich spam die jetzt einfach alle mit meinem Bogen einfach verändern! Oha, Alter, Junge, Alter, wie viel Feuer da einfach ist! Warte, ich glaube, da vorne waren auch noch welche, wir müssen alle besiegen, dass wir einfach sicher aus dem Gefängnis rausbekommen, Alty! Aber das schaffen wir mit Lenz, Junge! Ja, mein Alter, oha, aber gibt aber wie viele hier im Hof sind, Alter, ich brauche deine Hilfe! Ich komme schon! Und zack! Ballert die alle weg, Alter, aber versuch, mich nicht zu treffen! Junge, Alter, wenn du mich rinst, du bist ja auch ein RIP, Alter! So, was geht, Alter, das werden immer weniger, aber ich bin mal gespannt, wie viele einfach da drinnen rum sitzen! Einfach so, und zack, Alter, wir haben alle außen besiegt, Alty! Jetzt müssen wir irgendwo ins Gefängnis rein, aber wo gehen wir am besten rein, Junge? Ja, hier können wir reinkommen, hier ist direkt eine Zelle, glaube ich! Ja, stimmt, Alter, wir gehen hier rein, warte, bau dich mal rein! Wir müssen ein bisschen nach oben! Ja, bau dich ein bisschen hoch, Alty! Und zack, 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 zack! Und jetzt kann ich hier so eine kleine Treppe bauen, Moment, und zack! Oh, hast du noch Blöcke? So, warte, Alty, ich baue uns rein! Oha, Junge, Alter, das sind noch mehr Gefängnismatter, siehst du die da vorne? Nooo! Jo, wenn die uns bemerken, Alter, was hier losgeht, Alter, wir müssen einfach finden! Alty, wo bist du? Oha, die haben uns gehört, Alty! Ich bin gerade in der Zelle! Oha, es geht los, Alty, es geht los, nahe, komm! Greif an! Achtung, spam auf die Tür drauf, Alty, warte, stopp mal, ich glaube, davon sind keine, das sind keine mehr, Alty! Oha, es geht wieder los, die greifen alle an, Junge, wie schnell die einfach sind! So viele! Ja, Mann, Alty, oha, warte, ich besiege die alle! Nice, Alty, du machst dich richtig gut fertig, Alter, du sparsst in deinem Bogen raus! Ja, Alty, wir retten dich, Junge, Alter, wir holen dich hier raus, Junge, versprochen, dass wir dich raus holen, Alter! Warte, ich mach dich hier, fertig! Und da vorne, auch, Alter! Hey, nice, Alter, Junge, es sind so viele, doch, warte, da vorne, den mach ich besiegt in deinem Bogen, Alter! Schau, was geht, und da vorne, Alter, da ist auch einer, warte, oh, Hans, das war ja einzig! Oh, Leute, Alter, das war einfach, ich hab einfach gerade eine einzige besiegt, Junge! Hey, Alty, welche Zelle bist du, Junge? Ich weiß nicht, mit diesem blauen Teppich! Hä, Alty, wir müssen einfach schnell finden, Alter, wo ist der? Ja, bitte, du holst mich! Alty, was geht, Alter, ey, wir sehen dich! Ich muss ja Aufgaben machen, bitte, ich hab nicht mehr! Oha, Junge, wie schlimm, Alter, die haben dich gefoltert, Alty, du brauchst schnell seinen Tisch ab, Alter! Ich fühle mich gar nicht! Warte, ich baue seinen Stuhl ab, Alter, oha! Oh mein Gott, danke! Was geht, Alty, Alter, ich hab mir einfach nichts von Hausaufgaben zu machen! Ja, Mann, warte, ich geb dir Rüstung, das hab ich... Ich konnte nicht mehr, wirklich! Ja, warte, das hab ich, das hab ich, ich geb dir meinen Bogen, Alter! Komm, Alter, hast du jetzt Ausrüstung, Alty? Das ist ein Schildbogen, ja! Ja, Mann, Alter, was geht, Alter, Junge, der ist okay, bitte, komm hier raus! Komm, und pass auf, hier können auch überall Werter sein! Pass echt auf! Okay, ich pass auf! Ey, wir müssen hier nicht wieder ausbrechen, wir müssen wieder zum Schiff kommen, Alter! Wo gehen wir am besten raus? Ich glaub, wir sind aber alle besiegt, oder? Oha, nein, da vorne ist noch welche, da sind noch welche! Oh, besiegel, besiegel! Ja, der ist down, Alter, ich glaub, das war fast zuletzt... Oha, Alter, da oben ist auch noch einer! Warte, wir gehen hier raus, wir bauen uns einfach durch mit den Spitzern... Oha, Alter, küsch, Alter! Da ist noch mehr! Junge, Alter, ey, was geht? So, ihr kriegt eine drauf, Alter, die sind einfach auch so schnell, Junge! So, geht ihr mit, Alter? Wir können Lucky Blöcke in den Rollen? Doch, Alter, das sind auch welche drin, nehmt noch ein paar mit, Alter! Gönnt euch fest! Kein Rüstung-Crafting! Ja, stimmt, Alter, gönnt euch fett, Lucky Blöcke noch! Liebe dir! So, warte, machen wir jetzt welche auf, Alter! Oh, Alter, deine Rüstung ist kaputt gegangen! Junge, Alter, warum ist deine Rüstung einfach kaputt gegangen, Junge? Wir müssen ja rauskommen, Alter, wir können nicht nicht zurücklassen, Alter! Junge, ich hab gar nichts mehr! Ja, was ist der Lauf, Alter? So, warte, ich hab ganz viel Ernst bekommen! Ich hab auch ganz gute Rüstung! Ja, man nimmt mein Tato, ich sicher, Mom! So, Matzi, ich mach weiter auf! Ey, wir können aber eigentlich hier flüchten, Alter, habt ihr an den Kipp jetzt? Ja, haben wir! So, dann können wir eigentlich zum Schiff gehen, Alter! So, warte, ich bin bereit, warte, wir müssen uns noch durchbauen! Ja, spring auf, Alter, spring auf, wir gehen hier raus, Junge! Let's go, was geht's? Oha, Junge! Wir haben es geschafft, Junge! Let's go, warte, wir müssen uns noch rüberbauen! Ich dachte, ich kann fliegen! Wir sind noch mehr! Wir haben es fast geschafft! Ja, mach die fertig, Alter, greift die an, los, let's go! Gebt euch Mühe, Alter, mach die fertig, die können gar nichts mehr machen, Alter! Mit Karacho! Wir müssen hier raus, ah! Ja! Da hätten sie immer noch welche, komm, mach die fertig! Wir haben noch keine Chance! So, so, die sind alle fertig, die hat jetzt das hier einfach weglaufen! Zum Schiff! Ja, man, let's go, wir fahren mit dem Schiff wieder weg, Alter! Ich muss laufen! Ja, ich muss auch laufen, Alter, das wird ein langer Maß, aber wir schaffen es schon! Oh, jetzt wieder einer auch! Oha, pass auf, pass auf, als ob der was mag hat, Junge, der hat gar keine Chance, Alter! Okay, das war's für dich! Gleich sind wir da, Leute! Ja, aber wir haben es gleich geschafft, Alter, wir sind gleich am Schiff! Junge, Alter! Alter, wir haben sich einfach da gerettet, ey! Danke, dass ihr mich gerettet habt, man sagt, hier kriegt ihr hier mein geiles YouTube-Material! Hier, wirklich schön! Ey, lass einfach ein Tier lassen, oder? Ja! So, Alter, viel Spaß! Oha, der war ein Tier! Ich hoffe, der Spot am Schiff, Alter! Ey, das war unser Trainer, Alter! Ey, das ist unser Trainer, Alter, Junge! Also, Leute, wir haben es geschafft! Lasst einen Like da, lasst es aber da, wenn es euch gefallen hat, schaut einfach mal ein Tier vorbei! Links in der Beschreibung, bis zum nächsten Mal und tschau!